Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bully, die Ehrenrunde. Und ihr seht, ich habe etwas herausgefunden. Und zwar, wie man die Karte öffnet. Und zwar muss man bei der PS4 einfach das Touchpad nochmal drücken. Gut, und jetzt machen wir die nächste Mission, der Hinterhalt. Okay. Was für ein Hinterhalt denn? Du bist hier ziemlich entschuldig, mein Junge. Ich bin nur noch ein bisschen. Mit Kampf, mit einem Nussenten von dir? Das ist nicht die Bulwurth-Way, Junge. Ja, du kannst mich nicht schiefen. Was? Ich sagte, du kannst mich nicht schiefen. Das Ort ist voll von Bullies und Maniacern. Ja, das ist nur ein Schöne, das ist nur ein Schöne, Higinx. Aber in meinem Tag, wir haben nichts erlebt, um die neue Junge zu kastieren. Ich will dich zu stoppen, Hopkings. Ich will dich selbst zu verhalten. Du kannst du etwas lernen. Was sollte das jetzt? Was? Boah, vollidiot. Na, erstmal hinterher dem Spaß. Lass Davis nicht entkommen. Okay, so sprintet man. Ey, was macht der da? Ja, ich sehe es. Ich bin ja nicht blind. Ey! Oh, vollidiot. Okay. Wo ist er? Komm wieder her. Feigling. Gern eine Lektion verpassen, Freundchen. Ey! Okay, reicht. Öffnen wir mal. Oh, ey! So, ich... Ein paar Tritte... Tritte... Tritte in der Eier. Das war jetzt kein Deutsch, aber... Hat man ja auch im letzten Part gesehen. Das ist ja... ...deutsch. Deutsch-Unterricht lief. Done! Finished! Well, I've done, honey! You don't look so close now! Nein! Man... Nein, Mann! Ich vergesse mich manchmal zu bewegen. Aber ich glaube, wir finden hier uns noch ganz schnell ins Kampfsystem ein. Oh, meine Nase juckt gerade. Mann, jetzt aber! Und bleib weg, girlie! Warte, gleich, gleich, Bro! Meine Nase juckt. Jetzt! Ah, warte, gleich, geh weg von mir! Hä? Wo kann ich denn... Ach, da! Ah, okay, so! Now we're talking! Bro! Hä? Ach da! Mein Gott, das ist aber schwer zu sehen, ey! So geht's! Du hast es geschafft! Du hast die Schleuder erhalten! Wo den Respekt minus 5! Ja gut, mit dem will ich auch nichts zu tun haben! Abhängig von deiner Aufgabe bekommst du und erfüllst du den Respekt der einzelnen Gruppen! Drücke die Select-Taste und öffne die Start... Ja! Hatten wir schon! Die Select-Taste! Okay, nice! Haben wir die Schleuder! Was ist da denn? Stinkbomben! Okay, nice, nice, nice! Okay! Boah, der Tag war schon einigermaßen aufregend! Oh, Fußball! Fußball, Fußball! Oh mein Gott, ich kann sogar Fußball nehmen! Warte mal! Nein! Mann, wo ist der Ball? Ich werde das kurz mal ausprobieren. Ich habe jetzt den falschen Knopf gedrückt. Gewaltkleine Kinder. Ey, Bro! Was willst du denn jetzt? Lass mich in Ruhe! Läuft der mir jetzt hinterher, weil ich das kleine Kind abgeworfen habe, oder was? Man kann es ja auch übertreiben, ey! Naja, gut. Ab wie dein Jungs und Kleider. Vielleicht schaffen wir ja noch... ...die Hauptmission hier. Schleuder. Schleuder. Ey! Schön für dich. Schleuder. Haha! Hauptmission gestartet, da kannst du mich jetzt nicht angreifen. So, das ist eine gute Idee, richtig? Ja, okay. All right, sicher. Ich mache es. Hey, Mann, was ist passiert? Nicht viel. Ich habe gerade gesagt, Peti hier, über meine Idee, um die Schule zurückzunehmen. Oh Gott. Ich meine, mein Plan für uns, um die Schule zurückzunehmen. Ja, nee. Was? 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 Peti, du war recht. Jimmy ist ziemlich dum. Was hast du gesagt, über mich? Oh, nichts. Nein, 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 nein. All ich gesagt habe war, dass du ziemlich dum bist, um so viele Schule zurückzunehmen. Das ist alles. Schleuder, James. All ich gesagt habe war, dass du dum bist. Oder vielleicht bist du all verletzt, weil du von einem Haus verletzt hast. Was hast du gesagt, Dwarf? Come on, dude. Chill. No, 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 no. Chill? Ich gebe dir gleich mal ein paar Chills. Woah, woah, woah. Don't lieb, Peti. Don't... You lieb. Because you know what happens to Liars? No, no, I'm not lying. We kick them in the balls. Ha? Boah, was für ein Arsch, ey. Come on, Jimmy. Let's go see how good you are with this new Slate Shot. Jimmy sieht wirklich aus wie so ein Rechtsradikal... Egal. Egal. Ich höre alles. Du und ich? Wir können Dinge tun. Naja, gut. Nääääh. Ich, ich... Hör mal auf zu reden. Okay, Schleudertraining. Beeil dich. Zeit ist ticking. Come on, Psycho. This way. You got a problem? Oh yeah? You're an idiot. Okay, wir folgen Michael Reed zum alten Schulbus. Ficker. Wir laufen mal vor. Wir haben den ja eben schon gesehen. Da ist der Schulbus. Hey, see if you can knock out the windows in that bus. Can you hit them with a slingshot? Ja, sollte ich ihn kriegen? Freunde? Freunde? Freunde sind für die Woche. Das ist nicht ein besseres Schuss. Da liegt irgendwas. Das ist ja lieb. Wir haben den. Ein Teil mit dem Mobil. Ich treffe die auf die Mäse. Wir müssen da lang. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Seien, wenn du schnäudig bist. Hey, Jimmy. Hi. boah das aber bald hallo versteck dich in einem baum warte auf den beginn des football trainings ok klettere auf den baum und warte auf den beginn des football trainings oh gott was kommt jetzt Das ist so dämlich Oh Gott, was ist das? Ey, Bro Wieso macht das so viel Spaß? Au Geil Ich dreh bei Respekt plus 5 Das ist geschafft Nice Das war lustig Dein Bett ist ab 19 Uhr verfügbar Folge dem Zzzz Um in deinen Schlafsaal zu gehen Mach ich Tschüss Das war cool Okay Gehen wir mal schlafen Ah, der erste Schultag war doch ganz nett Der war doch ganz nice So, wir müssen wieder Zum Jungs Äh Zum Schlafheim Wie nennt man das? Jungsheim? Ne Okay Okay Hey Hab ich nicht Tore sind geschlossen Wir können nicht abhauen So Boy Storm Dann gehen wir mal Heier machen Und am nächsten Tag Ist wieder Schule Alarm auslösen Warte mal Dahin war irgendwas So So Ne Feuerlöscher Ja Würde ich jetzt erstmal vermeiden wollen Da liegt aber auch was 1,2 und 75 Gummibändern Collected Nice Ich hab doch gar nichts gemacht So Wir speichern erstmal Ach schön Okay Chemikas benutzen Wie geht denn das? Ach Nice Das geht so schnell Naja Wir gehen ja auf jeden Fall Erstmal schlafen Okay Gute Nacht Oh Neuer Tag Neues Glück So Jimmy Hopkins Was machen wir heute? Kann ich Eigentlich Die Cap Auch aufziehen Und als Bäh Okay Das ist wirklich 2000 Aber nicht Dass wir hier die ganze Zeit Nur gleich rumlaufen Ich würde die Hauptmission starten Aber natürlich Ist gleich erstmal Unterricht Ich bin gespannt Was wir haben Okay Ja Jetzt ist erstmal Schule angesagt Doch bin ich Sag mal Ist unsere Helf auf 0 oder Voll Ey Bro Na ja Ich bin jetzt im Kämpfen Anscheinend noch nicht so gut Aber gut Es wird sich Glaube ich Hoffentlich Sehr schnell Ändern Okay Gleich beginnt der Vormittagsunterricht Ja wo denn Zeig mal an Oben Und was haben wir jetzt Für Unterricht Ja halt die Fresse Kunst Oh Gott Kunst 1 Feinde Floater Crawler Und exploder Und power ups Tempo Pinsel Feinde Ausschalten Stop Im Kumpelsunterricht Musst du mit deinem Pinsel Felder malen Um das verbogene Bild Freizulegen Decke einen möglichst großen Teil Der Landwand ab Ohne deinen Gegnern Ins Gehege Zu kommen Was Ah Verstehe Boah Das kann ja Später Richtig Nervig werden Nein Wieso hat der uns jetzt getroffen Das ist ein power up Ähm Wieso sollten wir denn Ist die Kunstlehrerin malen Aber hey Kunst bestanden Okay Nun gut Das war weird Kannst jetzt gegen Geschenke Einen Kuss anhalten Hi Hi Hätte er 1 gedrückt Und drücke X Um Angie Blumen zu schenken Wieso suchst du denn So und jetzt komm her Küsst du ein Mädchen Bekommst du plus 25% Gesundheit Ach ich hab auch Ein Gefahrenmeta von geguckt Kussbonus freigeschaltet Nur durch Kunst Nur weil du deine Kunstlehrerin gemalt hast Sollte ich mir jetzt Gedanken machen Okay Ich mach mir mal keine Gedanken Mach mir keine Gedanken weiter Das ist vielleicht einfach so Oh nein 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 Scheiße Ich hab doch gar nichts gemacht Ich bin ein ganz brauer Junge Okay Bis zum entkommen Wir sind wieder außer Gefahr Okay Was haben wir jetzt Jock Morans Das können wir nicht weg machen Okay Nur gut Was Nein Das geht ja gar nicht So kann mal bitte der nächste Unterricht anfangen Obwohl wir können die Zeit immer nutzen Ein paar Schließfächer aufzubrechen Finde ich jedenfalls Ach Kleidung kaufen Was gibt's denn hier Okay Nein Komm Lassen wir Wir haben gerade nicht so viel Geld Hier kann man keins knacken Na gut Jetzt ist auch schon wieder Unterricht Was haben wir jetzt Ja 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 Draußen So ein draußen Verstehe ich jetzt nicht Ähm Ich hoffe die Polizei hat meine Applikation Hä Wieso kann ich keine Karte öffnen Ich kann keine Karte mehr öffnen Ah jetzt Ähm Zoomen Ah Ah Sport Wahrscheinlich Okay Können wir machen Nun gut Ja wir werden Musterschüler Schwänzen Schwänzen Ja woher sollte ich denn wissen wo Ne ich gehe ja in die Schule Bro Was wollt ihr denn jetzt Was kann ich denn dafür Kriegen wir jetzt Anschluss weil wir zu spät sind Oder ist das einfach nur ein Zeitfenster wo wir kommen können Okay Sportunterricht Ja Okay Sport 1 Das ist so ein richtig widerlicher perverser Sportlehrer folge den Anweisungen um neue Moves zu lernen Griff Oh Kopfstoß Nice Nice Wir haben Kopfstoß freigeschaltet Griff Kriegen wir jetzt noch was anderes Nochmal Ich hab verkackt Zack Zack Und Titan Oh nice Wieso Man Warte Ich krieg das wirklich grad nicht hin Zack Zack Und Boom Greifen Zack Zack Boom Hä Ich mach doch Hä Was ist denn das Greifen Zack Zack Und Halten Zack Zack Und Zack Irgendwie hat das grad nicht gezählt obwohl wir es richtig gemacht haben Aufladungskompo freigeschaltet Besiege Fetty mit deinem Yeah Besiege Fetty Heißt ja wirklich Fetty Ah man 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 Die 2000er waren einfach anders Okay Okay Ich hab's trotzdem geschaffen Was macht denn cheerleader im Sportunterricht Aber hey Na gut Ja Sorry ich bin kleptomane Was haben wir Was haben wir Oh ein Blumenstrauß Können wir wieder einen Schmatzer Holen Äh Da ne Ja Okay Wir sind durch mit dem Schuhunterricht für heute Haben ein paar neue Kampfmoves gelernt Sehr geil Und jetzt Jetzt Äh Was ist hier denn Ifmeter schießen Ähm Jetzt machen wir ein paar Missionen Was haben wir denn Also dies Das mit dem Doppelklick ist Weiß ich noch nicht Wir haben eins da Und eins Wir gehen mal da hin Weil das irgendwo anders Da bin ich grad interessiert dran Mal gucken was da ist Weil da waren wir glaube ich noch gar nicht Das ist nicht Nicht da wo wir immer schlafen Sondern irgendwo anders Was ist das Die Bibliothek Oh Gott Rette LG Wer ist LG Wir gucken mal Wir gucken mal Nenn mal Bücher Ich weiß Kennst du nicht Ach der hat gestunken Meine Hilfe Oh Gott dieser Hosenstall Zwei Dollar Super Ja Wollte ich auch grad sagen Ach Gott Was ist mit diesem Oh ne Das Dieses Spiel ist einfach Gar nicht gut Aber macht Spaß Es macht Spaß Es kommt ihre LG In die Schule Kommst du her Hey Hey Kannst mal ihn lassen Hey was Man du bist im Weg Bro Spinnst du jetzt Komm Jetzt muss ich ihn auch noch Zur Schultoilette bringen Ja komm dann mit Halt Oh cool dass du hilfst Danke Ist irgendwie ironisch dass dieses komisches Spiel Oh nein ich tritt den Falschen Egal Tritt ich beide Ja komm her Hör auf zu labern Musst du jetzt auf Toilette oder nicht Oh Gott wie der läuft mit diesem Hosenstein Ich kann ihn mehr ey Oh Gott ey Mann 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 Ich versuche mich zusammen zu reißen Gott schicken Was zur Hölle geht mit dir Abbruch Komm her Schick dich zum Clou Mann ey Die Letz Fortitude bist du Was Bro du hast was besseres verdient Ey lass ihn Einer ist down Super Komm raus jetzt Boah ey Ich nenn dich den Hosensteintypen Ist das ok Komm her Dein Schließspind Dein Spind ist zum Glück hier Ja Zurück findest du selber Gut Respekt Minus 10 Streber Respekt plus 5 Nice Belöhnung 5 Dollar Leicht verdientes Geld Nice 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 Okay ich würde noch mal ganz kurz speichern Weil ich weiß nicht wie das hier mit PS2 Mit PS2 Games Auf der Play Wie sie 5 aussieht Falls das oft abstürzt und so würde ich das lieber absichern Scheiße es tut Teacher teacher Es tut mir leid man das war auszusehen Wenn du da am Weg stehst wenn ihr vorm Geländer springt ist sorry man Auf so Toxic zu sein Naja Ich bin jetzt auch mal Toxic und beende nämlich hier den Part Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich liebe Bulli richtig Ich bin gespannt wie das Projekt bei euch ankommt Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder Wenn es heißt Jimmy Hopkins Nimmt die Schule Bobs Ja Okay Bis dann Und Äh Gelegentlich bitten dich Personen Bodengänge für sie zu erledigen Sie haben einen blauen Pfeil über den Kopf Und erscheint auf dem Radar als blaue Exempole Gleich Gleich Wir beenden erstmal den Part Bis gleich Und Ja bis gleich Bis zum nächsten Part Und ciao